Ich begrüße Sie recht herzlich, liebe FIFA-Kolleginnen und FIFA-Kollegen, heute zum Spitzenspiel Manchester City. Spielt von mir gegen CFC. Spielt von, hey halt deine Schnauze, wenn ich, ey, nochmal neu Cut, 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 jetzt hier nochmal nur anfangen. So. Janik hat mir meine Ansage versaut. Es spielt, äh, so heißt es hier, Manchester City gegen den Gäste. Unserverein, Shade CFC. Willkommen, Janik. Guten Tag. Na, ist auch fast, wie das ein Schnauze. Ja. Ich frage mich, ich weiß ja nicht, ob das schon aufgenommen hat. Wenn das aufgenommen hat, kann das ja reinschneiden. Äh, ich habe nur gehört, jetzt kannst du mal eine Ansage machen und zack, labert er mir dazwischen. Ist das schon aufgenommen? Ich, ich drücke nicht, stopp und nimm wieder auf. Es lässt durchlaufen. Okay, alles klar. Dann schneidest du das bitte rein. Ja, das ist das, das ist ja schon drin, weil wir ja schon spielen, Mensch. Zu Schauer, alle Mann. Mein Name ist Janik und ich bin scheiße. Ja, das ist ja schon drin, ich bin scheiße. Das ist ja auch. was anderes es ist noch nicht zu deiner Verteidigung zu sagen wie immer scheiße ne das keine das keine Entschuldigung ich weiß nicht was macht ich weiß nicht warum die wofür die Geld kriegen die Frage ist warum du mir zwischenlauer ja ja Nick ist wieder Nick ist wieder hier wie heißt es sprachlos ja muss ich eben halt nächstes Mal wenn du eine Ansage machst mach ich mein Mikro so lange aus bis ich meinen Namen höre ja jetzt noch nicht hin die Akronen und auch schon ich will fast abläuft abseiten noch mal auf der konkurren noch eine großen Brett alter Torwart und das Bischösschen Torwart Nürnberg und wenn du nicht schwimmen kannst, ist die Badehose dran schuld, ist auch klar alter Schiedsrichter, aber ich wollte es nicht sagen wir müssen alle morgen wieder arbeiten wir stehen jetzt drei Mann nützt aber nix nur ein Eigentor Jorginio Wahlenauken Spielern das war natürlich schwach gelöst wir hoffen das Spiel ist niemals absolut, wisse? im Zweifel immer für den Angeklagten spielt jetzt nach innen Kopfball drauf aus doch die Schuhe erste Chance für mich die letzte für mich die Schuhe Lass mich ihm noch mal ein Brett draufhauen oh man, den hab ich nie gesehen, ey Ecke Nein, ey, ich sitze ich da, alter das musst du auch sehen, ey also auch klar kommst du auch nicht vorbei das muss man einfach besser können, so ist der Ball gleich weg das ist der Ball gleich weg das ist der Ball gleich weg guten Morgen so ihr könnt hier selber gucken sehr schlechte Ausbeute von mir auch nur auch dring mich nicht weg schlafen sie mir gleich die Handschuhe aus Schlittschuhe in der Hand und dann geht es los wir brauchen jetzt mal ein Dreck ja das kommt ein Schuss jetzt nicht abseits mannen muss immer einen ball die weg so gedacht Texas Ranger jetzt mal nur Tempo nach vorne boah hast du dein Tor ich bin richtig ist der Bann gebrochen nein ein bisschen Sturm ich bin sogar am Heim als wenn wir hier neue Impulse setzen die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel der Torwart hat den Ball gute Aktion Scheide schießt schießt einfach ja ja abseits ja 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 Auskürzung. 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 Du brauchst auch nicht mehr springen. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr, also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Oh, wow. Ich will auch mal für ein Spielzeug den Ball haben. Slow Forest. Das Abspiel jetzt für Aguero. Spieleball in den feinen Augen. Weiter gefährlich. Knab Kippers Abwehr. Scheiße. Oh, Bräune. Kevin A. Leider gefehlt. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Ende. Klasse. Warum hält er denn nicht an? Ah, hier diesen Pass weg ist der Ball. Wenn er mich weiterhin so rasen macht, ist gleich der Kniegelenk weg. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Klasse zuspielt. Genau richtig. Genau wichtige Spiele. Jetzt lass ich mich nicht nervös machen. Verdammt. Das hast du. Oh, verdammt. Ich nach hinten nach vorne musste. Das war's. 3-1. Dafür steht's 7-1 insgesamt. Für Gott. Karrel-Gürtel. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich versuche in der nächsten Folge, oder in die nächste Folge, wenn Howie mal eine Ansage macht, die Schnauze zu halten. Und wir hoffen. Bis dann und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.